Fion Huala Manon Fionula Flanagan ist eine irische Film- und Theaterschauspielerin. Biografie Geboren und aufgewachsen in Dublin erhielt Flanagan ihre Theaterausbildung sowohl in Dublin als auch in der Schweiz. 1968 zog sie nach Los Angeles, wo sie den Psychiater Dr. Gerrit O'Connor kennenlernte und 1972 heiratete. O'Connor brachte zwei Stiefsöhne in die Ehe. Bekannt wurde Flanagan durch ihre Darstellung im 2001 produzierten Spielfilm The Is an der Seite von Nicole Kidman. Eine andere bedeutende Rolle hatte sie 2005 in Transamerica, Filmografie, Spielfilme 1967, Ulysses, 1984, Evox Die Karawane der Tapferin, 1986, Bodycheck, 1996, Mütter und Söhne, 1998, Langlebene Divine, 2001, The Is, 2002, Die göttlichen Geheimnisse der Ja-Ja-Schwestern, 2003, Tränen der Sonne, 2004, Blässt Kinder des Teufels, 2005, Transamerica, 2005, Vier Brüder, 2007, Slipstream, 2008, Der Ja-Saga, 2009, Lügen macht erfinderisch, 2011, Bullock-Proof-Gangster, 2011, The Guard, ein Irrisit schwarz, 2014, Die Melodie des Meeres, Fernsehserien 1972, Bonanchard, 1972, Rauchende Colts, 1976, Die Straßen von San Francisco, 1976, Kojak-Einsatz in Manhattan, 1976, Reich und Arm, 1983, Die Zeitreisenden, 1985, Keckney und Lacey, 1984, 1988, Still, Simon und Simon, 1989, Hunter, 1989, Kolumbo, 1990, Ein gesegnetes Team, 1993, Star Trek, Deep Space Nine, 1993, Raumschiff Enterprise, Das nächste Jahrhundert, 1994, Dr. Quinn-Ärztin aus Leidenschaft, 1987, 1993, Still, 1995, Mord ist ihr Hobby, 1999, Chicago Hub, Endstation Hoffnung, 2002, Star Trek, Enterprise, 2003, Low und Order, New York, 2004, NIP Tag, Schönheit hat ihren Preis, 2005, Revelations, Die Offenbarung, 2007, 2009, zu 2010, Lost, 2013, Defiance, Auszeichnungen, 1 Saturn Award für A.L.A.S., 2 Emmy-Nominierungen davon einmal ausgezeichnet, 1 Golden Satellite Award für A.L.A.S., 1 Green Actors Guild Award Nominierung für Langlebenet Divine, 3 Franken-Satellite Award für A.L.A.S., 1cha, 2018, 2019, 2 Emmy-Nominierungen davon einmal ausgezeichnet, 1, 2. relation, mother-in- DESG-1-S. Treue, 3 Franken-1-Innen-Dominierungen davon einmal ausgezeichnet, 1.7-1-Dzin-Dominierungen davon einmal ausgezeichnet, 1.78,